Wir hatten ja viel gemeinsam, wir hatten das Haus, wir hatten die Firma, schöne Firma, Immobilienunternehmen, Bauunternehmen, also schöne, schöne Firma, also mehr Häuser als Mitarbeiter. Das hat meine Frau gehört. Sie hat das alles geerbt. Die Firma, das Haus, hat sie alles geerbt. Aber das ist halt unser ungerechtes Wirtschaftssystem. Die einen erben alles, die anderen müssen dafür ein Leben lang heiraten. Dieter, du, das ist gerade ganz schlecht. Ist es denn dringend? Was? Nicht dringend? Aha. Ja, dann geht's. Ich muss mich entspannen, weißt du, auf ärztliche Anweisung. Golfspielen habe ich schon versucht, aber diese Golfplätze, diese vielen unbebauten Grundstücke in bester Lage, da wird man als Bauunternehmer ja depressiv. Wir haben ja gemeinsam gekocht. Romantisch. Also sie hat gekocht. Aber ich habe geholfen, ich habe abgespült, Geschirr abgespült. Einmal habe ich mich so ungeschickt angestellt dabei, dass sie so gerührt war, dass sie mich gefragt hat, willst du mich heiraten? Da habe ich mir gedacht, siehst du, jetzt hast du es geschafft. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Die Statue bei der Einfahrt, die habe ich gekauft. Gut, ich habe mich ein bisschen überreden lassen, weil angeblich war ich nicht mehr ganz nüchtern. Der Verkäufer hat halt so auf mich eingeredet, weil er hat halt behauptet, das wäre der Schutzpatron für die Immobilienbranche. Der heilige Spekulatius. Ein Goldfisch ist ja ein Karpfen, der frisst ja alles. Der isst auch, was ich esse. Letztens hatten wir so Fischstäbchen. Das mag er gerne, mag er gerne. Wir essen die Fischstäbchen und dann lese ich zufällig auf der Verpackung wild, wild lebender Alaska-Seelachs. Da habe ich zum Hansi gesagt, schau Hansi, dieser Alaska-Seelachs, der ist in Freiheit geboren, aber er wird am Schluss doch von einem Goldfisch im Glas gefressen. Vielen Dank.